Die ViewMedic IQ Matrix, der Rhein Medical GmbH mit Hauptsitz in Deutschland, ist ein flexibles Gerätekonzept, das die Bild-Signalverteilung im medizinischen Bereich organisiert. Die IQ Matrix wird dem stetigen Zuwachs der Anzahl der verfügbaren Bild-, Video- und Informationssignale im modernen OP-Umfeld gerecht. Damit lassen sich die verschiedenen Signalquellen auf angeschlossene Anzeige- und Aufnahmegeräte verteilen. Durch die Hardware-seitige Bündelung ist die flexible Verteilung der Signale möglich. Unterschiedliche Eingangssignale lassen sich nach Bedarf auf einen digitalen Ausgang leiten. Die Auflösung ist dabei bis 1920 x 1200 Pixel freiskalierbar. Gleichzeitig können die erforderlichen Signalwege auf das nötigste Kabelmanagement reduziert werden. Die Multi-Bild-Funktionalität kann zwei verschiedene Bildquellen gleichzeitig auf einem Ausgangssignal kombinieren oder gleichberechtigt nebeneinander darstellen. Weiter bietet die IQ Matrix die Möglichkeit, die anfallenden Bildsignale zentral zu steuern, in Verbindung mit einem ViewMatic Monitor, sogar vom Bedienfeld des Monitors aus. Eine Vielzahl der analogen und digitalen Eingänge wird an der ViewMatic IQ Matrix bereitgestellt. VGA, DVID, HDMI, SDI und 3G-HD-SDI, S-Video, F-Bus, YPBPR und RGBS. Bis zu sechs IQ Matrix Module können in einem 19 Zoll Rack-Einschub eingelassen werden. Dadurch multiplizieren sich die Anwendungsmöglichkeiten vom Bildsignalmanagement, die Betreibung der einzelnen Module erfolgt kaskadiert und redundant. Das DVI-Ausgangssignal kann mit allen Übertragungsarten wie DVI-Kabel, LWL-Kabel oder Wireless an die Anzeigegeräte geleitet werden. Die Signalausgänge sind beliebig erweiterbar. Die Anpassung kann damit entsprechend Ihren individuellen und vor Ort erforderlichen Bedürfnissen erfolgen. Rhein Medical. We make your e-health come alive.